Der Rimm, seine einzige, seine junge Frau, das ist Chirana, weil wir dürfen auch ein Haarland haben, die in Italien, weil sie geborenen Zug von Asana, weil sie natürlich nicht verwandt, aber auch ihre Eltern und Großeltern, schon zugeborene Eisbären. Und hier werden auch die einzigen Eisbären bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, auch Babys zu bekommen. Und fangen wir doch vielleicht einfach mal mit der Anlage an. Wer die alte Anlage noch genau im Kopf hat, oder in Erinnerung hat, die Gegend, der hier bis zu diesem kleinen Päck, wo es zu dieser Unterwasser einzieht, ein typischer Bauch, den 70er Jahr 1975 eröffnet worden ist, und so weiter. Das ist nicht so groß. Aber es ist die ganze Zeit. Das ist die Zeit. Bitte, du Wunsch nimmst die Sitzung zuwinden. Er ist im Fernsehen. »Meine share, ich habe vier.« »Algenein, gator, ich kann das gut«. »Ugorsch, wir müssen die Sitzung meine Sitzung. »Du sagst du es schon!« »Ugorsch. »Ugorsch.« »Diesung, jesgale Bord.« »Ugorsch. »Ugorsch.契 très gut» »Ugorsch. »Marget ab, oder?«